Tiefknut zieht in der kommenden Nacht über uns hinweg und schickt uns danach eine Portion Kaltluft aus Skandinavien. Es geht runter mit den Temperaturen, aber nicht allzu lange. Das nächste Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik liegt schon bereit, die Temperaturen dann wieder ein kleines bisschen ansteigen zu lassen. Es ist der Westwind, der jetzt erst einmal noch das Wetter bestimmt. In der kommenden Nacht haben wir es mit dichten Wolken zu tun. Tiefknut lässt ein paar Regentropfen auf unsere Köpfe fallen. Die Temperaturen gehen kaum zurück. Der frische Wind aus westlichen Richtungen bringt mildere Luftmassen, allerdings eben nur bis morgen früh. Dann gehen die Temperaturen zurück. Der Tiefausläufer zieht durch, die Kaltfront bringt dann die Kaltluft und schon bleiben die Temperaturen an Ort und Stelle stehen. Mittags sieben Grad, nachmittags sechs und dann spürt man die Kaltluft am Abend. Vier Grad, die Wolkendecke reißt auf, der Regen hört auf, es wird nochmal klar. Zwei Stunden Sonne stehen für morgen an und dann folgt eine Bibbernacht. Es wird richtig kalt. Minus zwei Grad die tiefsten Temperaturen in der Nacht zum Freitag. Dazu bildet sich verbreitet dichter Nebel, zum Teil raureif Nebel. Und damit verbunden die Glättegefahr auf den Straßen, auf den Brücken für Fahrradführerinnen und Fahrradfahrer und natürlich auch für Autofahrerinnen und Autofahrer. Damit muss man rechnen. Ebenso am Samstag früh, da gibt es noch einmal Frost. Die Temperaturen dann allerdings schon wieder ansteigend. Am Sonntag höchste Werte bei neun Grad, am Montag bei acht Grad. Und dazu gibt es dann, na das hatten wir auch schon mal häufiger, länger anhaltenden Regen bei uns in Hamburg.